so das habe ich zum glück nicht auf der aufnahme drauf ja die beweise haben wir aber da muss ich mein botnet wieder aktivieren dann hat sich das problem auch gelöst ach du hast eigentlich meine ganzen aufnahmen das letzte mal versaut nein das war nur zufall das war nur zufällig mein bot oder ein bot der macht gleich wieder was da hat ein cool down heilung spot hallo kleine erotisches schlagen dass ich immer noch diese wickelhosen anhab 36 körperpanzer guck mal ich habe so schöne rote die die hüfte betonen wieso steht meine eigentlich so komisch da wahrscheinlich macht dein zauberstab eigentlich auch zauber also so nein okay wie in divinity 2 die puffy wie sie im feuer steht und wedelt wir brauchen nur noch so tampon stecken okay jetzt setzt elementarmagie ein das ist gegen die regeln disqualifiziert ach der schiri muss einfach auch verprügelt leute vielleicht auch mal weitermachen die folge läuft jetzt bestimmt schon seit zwei minuten ziemlich genau seit zwei minuten ja die drei fragezeichen und der alkoholkeller was ich habe jetzt gelernt es gibt jetzt auch die drei ausrufezeichen ja ich weiß aber nicht ob das bloß ein blöder abklatsch ist oder ob das es sind mädchen ja das ist sowieso dass eine aufnahme oder hier auf tütsch sagen muss geht es euch eigentlich allen noch ganz gut ich meine haben wir nicht größere probleme ich habe mich schlimmsten oder in anderen ländern ist das mit der diskriminierung und so weiter ist das nicht schlimmer also ich sage jetzt mal andere länder in anderen kulturkreisen in anderen regionen der welt wie auch immer ich habe mich nicht mehr für die fragezeichen interessiert warum sollte ich mich jetzt für ausrufezeichen interessieren aber du hast dich für die ghostbusters interessiert hallo behemoth ja na 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 hast du zufällig vorhin so ein klingeln im ohr gehabt und an mimik denken müssen natürlich habe ich mich für die real ghostbusters interessiert hast du denn auch die frauen angeguckt natürlich ich habe hier ach so ach so du meinst jetzt zu den den film ja nein noch nicht ich kann mich mit dem gedanken aber irgendwie nicht abfreunden dass die jetzt hier ein ein auf auf ghostbusters machen weil es sind halte mal die vier jungs gewesen und vor den gab es aber auch schon welche die hatten sogar ein sprechendes auto und entsprechenden ja doch da hat er gesprochen gesprochen habe ich nicht aber auch immer cool hätte vor allem die horchspieler spielkassetten da wo ihr gerade ein bisschen rüber läuft ich glaube da war auch das haus um china aber es ist halt noch ein warum muss ich alles zu gendern vielleicht war das ja nur ein zufall und dass die gebrauchten unbedingt vier weibliche rollen weil die geister sich von männern weniger beeindrucken keine ahnung das stinkt nach keller ich sag's doch nicht von china nein das ist einig von franz ich habe meine botzt ihr alles sauber machen natürlich gehen wir da rein was fragt er so dämlich immer runter in den keller aber das ist wirklich warum muss ich alles vertreten dann ist wie gesagt vielleicht ist wir haben den film ja nicht gesehen vielleicht ist es ja wichtig dass wir frauen sind ich weiß im alten film das waren ja auch vier männer aber keine ahnung es waren andere zeiten als ich frauen noch nicht für für geister jagen interessiert was weiß ich denn der nächste was weiß ich michael neid ist michael neid vielleicht überpassen und dann das auto heißt nicht das heißt dann kann man das auch pussy nennen ach komm das wäre jetzt zu sexistisch kitty ist nicht besser wasch deine ohren solche worte habe ich ja doch nie gehört da muss später die harte seifenlauge wieder dran schwarzkralle also graumähne war wohl noch ein witz gegen den da hat mich eben einmal geputscht und dann war ich fast weg ach da hat mich auch wieder brennt auf feuer ich bin eigentlich auf feiermage gespielt aber feuer macht mir so viel schaden macht das sinn wir dann hol dir als sachen die feuerpanzer machen ich hab da so so ringe die machen wie es ist ein portal wie viel gold hier rum fliegt schon wo ist denn schon wieder ich glaube da ist vielleicht jemand vor dahinten auf die taste gekommen das kann sein was für geschütze wird verbundgürtel großwesier stiefel hat jemand das was ihr seid ach ist sinnlos das ist doof das und das regt die mana wiederherstellung an also brauchen wir endlich mal eine andere hose ich kannte die wer braucht ihr bitte schön mal nach regeneration endlich sieht nicht mehr so gewickelt aus du hast ein röckchen ein oberröckchen und lederhosen oder wie auch das ist zwischen den beinen wie hast du das gemacht einfach wachsen das ist der gürtel der gürtel ist also bewaltete zauber wie über gürtel hat die die machen so viel die macht ein feuer schaden das ist nicht gut es groß das macht ihr schon wieder wieder an den rollen ihr spielt mit den gegnern ohne milch ja und das sind ja noch welche die kleinen zählen nicht leichte wisst ihr was scheiße ist wenn ihr gerade spielt und live streamt und dann fängt euer ohrläppchen an zu jucken solange sich der kleine c ist der juckt unverteilte fertigkeitspunkte einer euro ich muss noch schnell ihren länder dann anscheinend du musst mal schnell und also biermann hat hat noch nicht auf seine frage antwortet ich bin sehr gut dass man mit mir schweigt wir reden auch alle mit dir und du redest viel mehr du denkst dann bloß wir schweigen dich an ach so weit ich kann einen ganz anderen modus bin ich habe mir eine ganz andere temporale wahrnehmung er hatte bis mit radical 7 infiziert das beschleunigt das denken ja ich verstehe schon was ist jetzt die neben und die hauptquest gewesen grüns fragezeichen oder leuchtet da sind ihr lichter das ist bestimmt gut und warum hat er eben selbst auch geleuchtet eine geheimnisvolle brustrüstung legendär ein vakanten haben wir bei aber kein berserker 56 rüstung mit zwei sockeln plus 67 eisenpanzer wir hatten das eisenpanzer die fähigkeit schicken da müsste es doch nur doch eine klassenbedingung geben du hast zwei halbe 28 vitalität 39 selten der postrüstung was hast du da wieder in die luft gejagt ist das skelett weggesprengt worden also ich scheint kein eisenpanzer zu haben ich habe da oben noch ein bisschen dunkel aber ansonsten zu kicherspuk zurückgehen sollen wir das mal machen zwinge hauptmann ist da unten an er ist ja die hauptquest weil grün ist grün muss man erst war da oben nicht noch nicht aber keine kruft mehr da waren wir in allen drin ok ok warum bleibt ja plötzlich alle stehen auf das zeug süße hilfe 43 tausend gesundheitsverlust ja gut das sind mal belohnung die sind echt der hammer ein paar stiefel dass offenbar die ratten angeknappert haben ja das gebe ich jetzt gleich mal hier rüber vielleicht gibt es auch ein guld wenn man hier dieses getränk trinkt aber ich will es eigentlich nicht ausprobieren ich habe die noch minder wertigeren stiefel genommen nein ich hatte am dienstag das vergnügen das getränk zu trinken das coca-cola getränk nein zahnarzt mal gucken was wir den nächsten freitag finden bei einer 10 ach so die haben nicht erst alle durchkontrolliert die haben erstmal das gemacht was sie gefunden haben dann gucken sie noch mal eine kleine kari ist an einer alten füllung die wir rausnehmen müssen ok wo zur behandlung war das eine freude am dienstag so jetzt müsste das doch weg sprengen ach so wir haben einen kolben gekriegt gut darf ich den kolben bedienen ja berührt einen kolben ich habe gemacht bei mir ist das noch da jeder muss springen das so die müllmine ja und wir und tage verdammt ja ich wollte voll kann sagen wir können nicht weiter machen müssen auf montag warten erfordert montage geht nicht ok ich sehe schon wie wir versuchen es trotzdem obwohl heute donnerstag haben ja ja die folge als wenn ich darauf achte die grünen pilze angepflanzt ich habe solche kiste auch ja ist grün wer sonst jetzt haben wir hier trockos echt jetzt aber die sind ganz anders aus wie die trockos bei hier ist auch mal gemächtig trocklotypen kraft potzer sieht er aus wie fette kinder also wie zwerge trägst rollen oder kurz so ach der lebt noch muss er sich ja verteidigen oh gott oh gott schnell merker ja das sieht ein bisschen aus wie der kaputte niederland bei vorlaut vorlaut half life china das war ich ja genau habe ich doch gesehen wie was warst du habe ich dich getroffen du lebst ja noch du hast mir einmal direkt ins gesicht gefüllt hier mit deinem aber richtig geföhnt du stehst noch das war es nicht genug da ist die giftige masse die tropft von der decke und hier sind ganz fette ach so das ist die giftige masse die giftmasse ist ganz fett das gewusst das haben ein hauswirtschaft nicht gelernt ich hatte ja andere giftige masse und anderes viel zeug was mir weh tun will wo bist du denn schon wieder ich bin muss ein meter zur seite gegangen wurde angegriffen also ich weiß was ich sagen muss wenn ich so mich mal als solche verkleiden will wo bist du denn schon wieder was machst du denn schon wieder muss richtig langgegangen ganz alleine nach nord jetzt wüsste wo es weiter geht nun nicht ob jeder oben ist ja der stein dann geht es da ja ja genau was habt ihr gefunden hier ist ja gar nichts neben das ist es ja ich habe gesehen du hast eine tiefen gekriegt für 100 geöffnete kisten ja jetzt weiß ich bloß nicht ob ich das nicht auch schon habe oder ja keine ahnung china hat bestimmt in den ersten zehn minuten in der ersten aufnahmesitzung würde mich nicht wunder ich habe ja schon mal gespielt ich glaube nie soweit guck mal schena erinnert dich dass da an der wand an was obwohl das müsste ich solche fragen oder wie er das eine wurzel war ja ich richte ja schon nicht mehr drüber sucht er gerade schon wieder ein kick button hey das geht ja hier unten noch weiter weiter als ich gedacht habe ja ich bin schon wieder woanders hingegangen oder muss weiter jetzt schon beim schwellzahn keine ahnung was du redest du bist du bist ein bisschen falsch die sind nach dem süden gegangen wieso falsch da geht es weiter ja genau deswegen gehen wir da nicht das mache ich in jedem spiel so weil da kriegt man mehr beute dann verfasst man nicht blut ja wenn du sein ausgeschaltet hast kamen alle vier gleichzeitig gekotzt in unsere richtung und wir haben kein schild den hat solche tja hier auch einfach mal man man sieht ja wo ihr lange auf uns seid liegt alles möglich auf dem boden hier waren sie nicht hier sind noch gegner hier waren sie sicher nicht oder die gegner hatten da unten ist eine truhe da waren sie auch nicht die ist noch verschlossen die meisten verschlossene truhe lasst die truhe verschlossen ich komme nicht sie ist schon offen ich glaube wir haben von unterschiedlichen truhen geredet ich habe ja auch nur truhe das muss reichen war muss ein streit kommen drinnen auch was du hast du hattest du da oben auch mit ruhe ja dann muss ich da auch mal hin truhe komme ich daran ach so gehört die giftige qualle dazu hier eigentlich nicht geht es sehr lange hier gibt es so ein bisschen was keine ahnung was der land geht ja hier geht es lang ganz schön aber zu denen da runter hier geht es lang jetzt roll ja kommen zurück behemoth wie war dein tag was hast du gemacht bist überhaupt noch da ich habe natürlich ist ja noch Hi solche Das hört ja gar nicht mehr auf hier Oh, ich hab nen Boss gefunden Bring den Boss zu uns Das heißt, du hast jetzt nen neuen Job Halt den Boss am Leben, bis wir da sind Er ist tot Was verstehst du an? Lass ihn am Leben nicht Hey, warte doch nicht Ich komm ja wieder zurück, meine Güte Mir fehlt irgendwie noch Sachen Ich dachte, das wär nur so ein kleiner Weg Und dann kam der Kickner Achso, du hast das hier gar nicht fertig Nee Achso Oje, die Höhle ist mal wieder ziemlich dick Ich mein, was dick ist, das rennt da unten grad rum Äh, hallo? Was? Rennst du irgendwo unten rum? Ich glaub, Schena, die waren da schon In dem Schattenbereich, wo du grad reingießt Ja, da hinten war ne Kiste Kiste, Kiste Ach, die lange Brücke Da unten ist noch einiges Ja, die versuchen hier hoch zu kotzen Ja, das musst du mal hinkriegen Aber wenn die hochkotzen Stell dir mal vor, du kotzen Ah, ja, da war Ich warte mal hier Ich warte mal auf der Brücke Auf euch Das alles wieder runter Also, das müssen die echt wollen Das müssen eine Erfüllung für die sein Nein, ich werde da rein Ich werde da rein Warum nicht? Da ist es doch bestimmt so schön dunkel und geborgen Ja, aber auch sehr sackgassig Sackgassig? Ja, kennst du als Mann dich doch wohl aus? Nee, deswegen will ich da ja nicht hin Aber die Droxi sind wirklich, also die CK-Wurscht vom Weg Der Boss hat aber nichts fallen lassen Oh oh Was oh oh? Ballenminen Und Untote Und Boss Boss hat Aua gemacht Zultum Na ja, aber mich anmeckern, wenn ich den Boss lege Wo ist das hier? Ich habe den Boss bestimmt nicht gelegt Er hat mich gelegt Oh, ich habe ihn noch umfallen sehen Boah, da hängt jetzt interessant auf der Brücke Ja, einen kleinen Sprung gemacht und weg war ich Ja, mich hat es fast komplett erwischt Aber auch nur fast Ist ja auch mal zu schön, dass du auch mal umfällst Was? Ich? Nee, China Ich wollte mich noch zurückziehen, um meine Bots zu beschwören Und in dem Moment war ich dann schon Ich war eher Er lauft in einer Truhe vorbei Ich hatte fast volle Hitpoints gehabt zu dem Zeitpunkt Klutstein mag ja, was hast du da wieder für Leute mitgebracht? Die sind aus der Truhe rausgehüpft Pfff Das hört mich auch in ein gewisses Spiel, wo da der Schokoladenschleim drin war Was? Was für ein Schokoladenschleim? In der Truhe Also ein Schokoladenmimik Da kannst du die Schokolade abschöpfen Ja, super Sache War das ein Seminar? Oh ja Habt ihr wenigstens alle ein Kissen gekriegt zum Schlafen? Ne, die hatten bestimmt schon dieses Sessel Wo da diese aufgebockten Kissen drauf genäht sind Mit Massagefunktion Aber nur unten auf der Sitzfläche, ne? Ja, wo denn sonst? Vielleicht an der Rückenlehne? Überall tot, aber so ein kleines Viech lebte noch Ist ja nichts Neues, oder? Es sind die, die immer zu spät kommen Die Turnbeutelvergesser der Droglodyten So Leute 20 Minuten sind wieder vorbei What? Das hat dir der Teufel gesagt! Nein, die Uhr Der Teufel! Das ist Wissenschaft Und Wissenschaft ist böse, wissen wir doch Einigen wir uns auf die teuflische Uhr Was? Wo gibt es die Zaccas?